Komm, das kann mir keiner erzählen. Im Laufen! Boah! Ah, jetzt wird gepimpet. Am schlimmsten sind die, die irgendwie auf einem Moped spielen. Okay, ich joiner. Ver... 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 Ich denke, wir sind ein bisschen behindert. Ah! Oh, scheiße! Noch... Kurve. Das kann ich... Er sagt dann nein, nein. Widerspricht der mir oder was? Ich glaube, der sagt, ja, 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 ja. Sehr gut. Ja, ja, gut! Hab ich gesagt, ja, das hab ich. Möglicherweise hab ich das. Er bestätigt, der ist empört. Gehen Sie mit mir d'accord? Ja, ich bin mit mir d'accord. Oh, fuck, doodledoo. Hö! Okay. Schock! In der Küche. Der Auto ist runter. Oh mein Gott. Jetzt sind drei auf dem Platz. Wie schön sind die rotiert? Komm, das kann mir keiner erzählen. Im Laufen! Schneider! Das ist das. Die scha.. Konnektur ist da. Shot one. Es ist noch ein Raum. No. Es ist noch eine Schnauze. Vielleicht ein Fenster. Boah! Let's go fast! Random Rumble! Random Rumble! Alter, der ist mir so reingelaufen. Alter, genial! Alter, rank 10, Alter! Nein, 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 blau geht es nicht ran, du Dödel. Ich habe echt einen guten Winkel von dir. Ja, du was labert denn der eine? Oh, jetzt höre ich Foxy. Ja, scheiße, Mann. Direkt einfinden in diese sprachliche Kultur. Nein, ich bleibe lieber bei der Bombe, glaube ich. Oh Gott, war da Mitte was? Nee, ich dachte, die Mitte ist einer. Der will da hoch, der Dödel schon wieder. Schau, schau. Ich smoke him. Ja, der hat mich gesehen. Okay. Nice. Connection. Let's go A fast. Let's go A. Bei der Bombe ist hier noch irgendwo einer. Ich brauche gleich Hilfe, falls er mich killt. Ich komme. Nee, ist doch keiner mehr. Ich dachte, da wäre noch einer. Wegen der Plan. Cover mich, bitte. So, danke. Merkst du schon, der 100 A-Tick, der 100 A-Tick-Server? Du gehst neu. Das ist ganz anders. Ganz anders. Ramp, Ross. Nice. Ja, das copy. Mehr, mehr A-Ramp. Come B, bitte, Leute. Höchst du den F*** ab, bitte. Wie viel schreit. Alter, wie der immer rumschreit. Push mir, äh, push mich. Fuck, ey. Fuck, 2 AP noch. Was? City hat er gemeint. City hat er gemeint. Okay. Ich muss weg, ich bin so laut. Das riecht nach Saberino. Aber hart. Was? Puh. Hast du diese neue UI jetzt eigentlich gemacht? Diese Panorama-Ding? Hast du das an? Na, mit dem anderen Account habe ich es angemacht. Mit dem jetzt gerade nicht. Weil ich habe mit der alten UI... Ne, diese Anzeigefehler. Habe ich mit der alten UI. Also manchmal sehe ich meine Waffe nicht. Zum Beispiel habe ich auch eben die Bombe nicht gesehen. Die war einfach nicht da, obwohl ich sie hatte. Das ist echt ein bisschen scheiße. Ah, okay. Ich denke, das liegt daran, dass ich halt noch das alte benutze. Ja, wenn ich irgendeine Waffe aufhebe auf ein neues, dann wird die mir nicht angezeigt. Mit der neuen UI. Äh, mit der alten. Das ist so bescheuert. Bench. Scheiße. Ah, der Rest... Vielleicht werden wir noch kurz warten müssen auf den Rest. Oder waren die an sich einfach zu langsam, die Dackel? Oh, nice. Kitchen out, kitchen out. Nice. Toilet plant, guys. Komm, hol sie die Bombe, boy. Hol sie die Bombe. Jawoll. Das könnte echt ein dicker Sieg werden hier. Good team, schreibt er. Sehr schön. Das ist wirklich direkt was komplett anderes. Wie vorher mit diesem Fickgesicht. Wie vorher mit diesem Fickgesicht. Ja, der Toxic-Ball. Ja, der war echt... Der war grauselig. Das war eklig mit dem. Ne? Wenn da so jemand da ist, dann zieht mich die Laune so runter, dass ich tatsächlich einfach schlechter spiele. Mhm. Das richtige ging scheißen Dreck. Willst du da oben rein? Komm auch weg. Scheiße, ja. Ich kam gerade eben angedackelt. Ist ja keiner mehr. Das sind doch drei... Was? Das sind doch drei Cities. Es ist echt ein komplett anderes... Auch ein ganz anderes Aiming und sowas. Ich... Gib mir! Gib mir! Gib mir! Ich molly da vorne an der Ecke. Bench abgesmoged. Ich smoged. Schaut. Das ist gut, Leute. Und der Sunspot B? Schaut. 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 Aber ein nicer try war es auf jeden Fall. Ich bin flashed. In Underground. Schaut. Der Connector ist low. Scheiße. Lebt der noch ein Connector? Ja, der lebt. Ja, jetzt ist er tot. Spider plant. Fick. Er ist mid now. Sorry, er ist mid. Aber das holt der Boy. Wenn die krassen Boys nicht da sind. Nice. Get away! Schaut. Das waren aber echt wenige Millisekunden. Ich habe es schon innerlich gehört. Da machen wir es mal. Die Ferien. Oh, jetzt sind sie bestimmt ultra-toxic die Gegner. Schaut. 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 Du hast den Dägel. Wir anhören direkt. torque du hier eine Dägel. Was ¡diormbelt! Ich weiß nicht. Oh nein. Erst ein paar Sekunden. Danneleriand 75-1. One ist dicht, dicht, dicht card. Let's go, let's go, let's go. Oh, die Waffe ist leer, nein. Was? Du Jappa, Alter. Nice. I'm coming, I'm coming. Side is down. CT, CT, please cover me. I'm behind him, CT. Okay. Dead, CT. Nice. Just one, just one. Ich weiß nicht, wo der letzte ist. Ich hab 11 AP. Bombe liegt für dich, Bombe liegt für dich. Okay. Also du kannst ihn dann von CT einfach abklatschen. Ich glaube, er kommt Jungle. Er ist bei Stairs, er hat mich einfach abgefackelt. Sehr schön, Alter, sehr schön. Nice. Richtig edel. Ich hatte so Panik, als ich geplantet hab, weil ich wieder für CT offen stand und der Kollege erst nicht richtig mitgemacht hab, der dann direkt neben mir war, aber dann lief's. Es lief. Und das down. Ich hab ihn so groß in den durch. Ohne ist ein Schott. Ah, dieser Hund. Oh. Im Laufen. Ich hab mich verraten mit dem Schuss, das hab ich gewusst. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er mich so krass hört. Das macht er, das macht der Boy. Oh, schön. Im Sprung. Wir sind gute Anführer, Barry. Wir sind sehr, sehr gute Anführer. Oh, scheiß. Ich hab's so ultra verkackt. Auf BF2 noch. Willkommen. Ach, schiss. Jetzt sind wir alle hier bei Kitchen. Nein, ich fass es nicht. Das ist doch jetzt ein Scherz. Nice. Das war echt, das war wirklich höchste Eisenbahn. Das ist ja noch umfällt hier mit meinem Paar P. Nice. Der Lower ist tot. Sieht gut aus, habt ihr. Der Room lost. Woher? Läuft. Ah, wow, 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 wow. Alter, was ist mit dir los? Was war auf B? Ach, ich bin im Sprung. Ich hab im Sprung, ist er plötzlich um derger gekommen. Ich hab angefangen zu sprayen und hab einfach drauf gehalten. Dann weißt er wie im Sprung. Naja, dann geht die Kugel nach hinten. Alter, wie überfahren die brutalt? Was ist los? Naja, die haben keine Chance. T-Great. Geht besser rein da. Naja, alter. Good half day, good half. I go away. I go away. Nice man, wir sind zusammen auf A. Optim. 3, 2, 1. Achtung, boom, 4 tot. Schade. Matchmaking wären wieder 4 A gekommen oder so. Ja, ich geh direkt left durch. Nice car. Ich hab den Defuse. Ah, backside. Nein! Alter! Das wär Rambo gewesen. Das wär Rambo, blub, 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 blub. Pallas? Ah, jetzt fallen sie zurück. Ich denke, sie fallen zurück in Gobi. Schade. Das ist B. Ja, das ist B. Ein anderer Schade. F***, ich hab ihn nicht gesehen. Boah! Attacke, Rampa. Wir sind ganz vorne, komm, wir legen die jetzt. Ich hab Elites. Top. Nice. Schade. 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 Ich smoke Palace, kann der Ding smogen. Schade, ich schade. Schade, ich schade. Ja läuft, ich hab Molli dann für... Ich hab nur Molli und Flash. Also einen Molli schmeiß ich direkt in den Ding rein. Alter, was machen wir hier? Jetzt geht der Connector gleich. Bei Nets schiebe ich einfach direkt. Green, kann ich mit, bitte? Ich geh mit, ich geh mit. Wenn du willst, kann ich auch gehen. At least one mid. I'm Molli. Ne, they're coming short, be short. Palace Glee. Der grüne Palace Glee. Ace down. Underground one. Short, short, short. One is not short. Two Connector. Need help. One be house. I'm gonna stay under construction or no? Ich darf ich so eklig ficken. Under Connector. Okay, just let them through. They're coming in, need help. It's a, it's a, cool. He's under, under. Yeah, voll. Please try win this. Nice. Der grüne, der ist so merkwürdig. Er kriegt einfach nichts mit und spricht immer so, als wenn er so weit weg von seinem Mick hocken wird. Ich habe MP9. Ich nade mit dir und dann stelle ich mich ganz close an die Rampe in Sack. Okay. Ich molly deep rein. Nein, nein. Ich nade auch und molly dann oben, Palace. Ach scheiße, ich bin Mittelspieler für... Ah, nein, doch nicht. Oh, he's pushing around. Scheiße, das war... Gott, das filmen. Der rennt durch zwei Granaten durch. Das war einfach Timepech. Genau, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Scheiße. Na ja, das war scheiße. Und woran lag's wieder? Weil grün einfach uns komplett durcheinander bringt. Also wenn grün dann generell auf A geht, willst du wirklich mitgehen oder soll ich mitgehen? He's low, I'm playing in Palace. T-Spawn. Oh, noch einer. Schade, das war ein schöner Headshot. Also, willst du Mitte gehen oder soll ich? Ich denke, grün will schon wieder A, so wie der guckt. Ich geh Mitte, okay? Okay. Incoming. I'm rotating. Nein! Ah, diese Timeficker ey. Das ist Wahnsinn. Ich hab grad noch einen Molly in der Hand. Schau mal. Schau mal. Vielleicht ein Underpass. Ein Palace, mindestens einer. Incoming. Black Palace, eine. Immer noch Palace? Der ist tot. Ich weiß nicht, ob da noch mehr sind. Ich hau da mal ne Diko rein, wo du hinkuckst. Nice. Bench, der letzte ist Bench. Pick up, please. Dankeschön. Danke, Bro. Warte, ich hol dir ein Ding. Ah, das war ne wichtige Runde jetzt. Hide the Night. Die haben jetzt fast aufgeholt. Mitte war ne Flash. Aber es kommt keiner nach. Ich lass die rauskommen, was war anders. Lass die ruhig rauskommen. Ich glaub, die kommen gar nicht. Ja, da ist nichts. Scheiße. Oh Gott, ich hab dich fast getroffen. What the fuck. Ach, wegen diesem grünen Fickfrosch, weil wir einer von uns beiden einfach verschieben muss. Das ist jetzt so kacke. Bomb B. Ja, zwei, zwei, zwei. Bomb B. B. Just wait, just wait. Er muss planen. Wir bekommen die Bombe. Oh, Carl. What the fuck. Und das ist Karnel. Scheiße, nein. Karnel ist low. Ich hab nicht gerafft, dass einer schon aus Ab-1000 ist. Ja, der mit der Arcana. Ich hab erst nur die AWP gesehen. Äh, B-Player? Oh nein? Ich kann B. Somebody geht A. Oh, wie viele Länder was nicht im Ernst gehen, diese Kack-Noobs. Heidenei. Also, ich geh jetzt einfach wieder A und guck, dass ich mit das Open-Out, guys. Ich komm hier. Sobald wir weiter verschieben mussten von A ist es nichts mehr geworden. Einfach ab dem Moment. Ja. Die Spielgefüge komplett auseinandergerissen. Einfach wegen Grün. Der rafft es noch nicht mal. Der Vollidiot. Step 3. Nice. Nice. Pallas ist down. Bomb down. Nein. Der letzte one got up. Just wait. Der letzte one got up. I got the bomb. Where? Stairs. T-Stairs. Er hat eigentlich keine Chance. Ich hab ihn eben geflasht. Die Bombe ist bei mir hier down. Er muss hierher rushen um was zu machen. Ich würd mir die AK holen. Nice. Es klappt direkt viel besser, wenn wir chillig stehen. Wir sind fast nie mitgekommen, ne? Wir müssen die Spots irgendwie stabil halten. Auf B waren sie echt hartnäckig und auch immer siegreich. Und auf A können wir sie ja fast immer abhalten. Die Pissa haben wir im Sack. Ich bin noch drei. Play for time. P-Apps one. Under window. Just wait. Grün schon wieder. Es ist so klar, dass Grün als erster verreckt der Grasdackel. CT is open too. Guys, attention. One window, one window. Okay. He is going jungle now. Maybe he is going B I think. Nice. Another one. One Pallas. One Pallas. Nice. Alter, was für ein Game. Richtig geil. Auf die Zippel so. Nice, man. Wir sehen, bitte. Boah. 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 Boah.